Isten áld meg a magyart, jó kedve bülséget, nyugst elégje, médlökkal, a büttetlenséget. Ein jeder Ungar kennt diesen Tag des aufsässigen Europäischen Frühlings, an dem das Verlangen nach Souveränität und gesellschaftlicher Gerechtigkeit die verschiedensten Schichten und politischen Bestrebungen des Ungarschen Königreiches vereinte und ihre Bewohner zu einer Nation zusammenspielte. Betőf írja Arany. Aranyválasz 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 UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG